Moin Leute, ihr wisst ja, Eigenlob stinkt, aber beim Keilrippenriemen ist das echt mal angebracht. Das Ding hier von Continental ist echt das Maß der Dinge. Und warum, das wollen wir heute mal genauer untersuchen. So ein Keilrippenriemen besteht im Wesentlichen aus drei Komponenten. Wir haben einmal unser Elastomerkörper, dann die Rippenbeschichtung und im Inneren die Zugstränge. Das Profil von so einem Keilrippenriemen ist clever konstruiert. Denn die nebeneinanderliegenden Rippen vergrößern die Reibfläche, über die die Kraft übertragen wird. Dadurch sind recht kleine Umlenkdurchmesser möglich. Und es ermöglicht hohe Übersetzungsverhältnisse. Auch schön, es gibt eigentlich nur wenige Profilformen, die ihr euch merken solltet. PK, DPK und PJ. Diese Abkürzungen sind Normbezeichnungen. Auch die Produktbezeichnung ist leicht zu verstehen. Als erstes kommt die Zahl der Rippen, dann das Kürzel für das Profil und dann die Bezugslänge. Also dieser 6 PK 1538 hat jetzt 6 Rippen, ein PK-Profil und eine Bezugslänge von 1538 mm. Was macht den Continentalriemen jetzt so besonders? Schaut euch einfach beim nächsten Riemenwechsel mal das Profil genauer an. Vielleicht seht ihr dann, dass jede einzelne Rippe beschichtet ist. Diese Beschichtung ist eine spezielle Continental-Geheimrezeptur. Und das sorgt dafür, dass der Riemen leiser läuft. Selbst bei kleineren Fluchtungsfehlern oder einer kleinen Schiefstellung der Scheiben hört ihr damit vom Riemen fast nichts. Jetzt drehen wir den Kollegen mal um. Der Rücken hat hier so eine besondere Struktur. Das spürt ihr auch, wenn ihr mit dem Finger darüber streicht. Diese Schicht ist bei einem Continentalriemen aus abriebsfestem, synthetischem Kautschuk. Meist nutzen die Kollegen in unseren Mischsaalen dafür. Jetzt kommt Chemie. Ethylen-Propylen-Din-Kautschuk. Kurz EPDM. Auf Basis von diesem EPDM haben sie eine Rezeptur entwickelt, die den Riemen hochbeständig gegen extreme Temperaturen macht. Und damit natürlich extrem langlebig und widerstandsfähig. Auch Nässe, Schmutz und Trockenheit können diesen Kollegen hier nichts anhaben. Egal ob euer Kunde den Sommer am Mittelmeer oder den Winter am Polarkreis plant, ist für diesen Riemen alles gar kein Problem. Dann ist natürlich die Haftung ganz besonders. Riemen von Continental haben extrem gute Reibwerte und sorgen für exzellente Kraftübertragung. Das ist natürlich auch eine Frage des Materials, aber vor allem eine Frage der Konstruktion. Jeder Riemen wird nämlich genau so entwickelt, wie es die Kraftverteilung in einem bestimmten Motortyp erfordert. Und die Reibwerte sind exakt daraufhin berechnet und abgestimmt. Noch etwas ist wichtig für die Qualität eines Keilrippenriemens von Continental. Aber das kann man von außen nicht sehen. Im Inneren dieser Riemen stecken hochversteckte Polyesterfasern. Die sind besonders längstabil. Auch dadurch hält so ein Riemen länger. Die Stränge bestehen aus ein paar verzwirnter Fasern, bei denen eine Faser linksdrehend verzwirnt wurde und die andere rechtsherum. Das sorgt für ein neutrales Ablaufverhalten der Riemen. Die Jungs und Mädels in unserer Entwicklungsabteilung betreiben natürlich einen Mordsaufwand. Und das kostet auch richtig viel Geld. Aber es lohnt sich. Denn so ein Continentalriemen zeigt auch nach längeren Laufleistungen kaum Verschleißerscheinungen. Alles klar? Hat es euch gefallen? Dann lasst mal ein Like da und schreibt einen Kommentar. Und wenn ihr noch Fragen habt, schaut mal ins Pick. Bis bald in der Werkstatt. Die erste Malin dieser Riemen der Riemen. Hat es euch gefallen hat. Das ist tick. Ich habe dir mehr getan. Wir waren noch nie. Vielen Dank.